Hallo zusammen, heute schauen wir uns mal an, was das AIDA-Modell ist, gehen dann auch auf ein Beispiel ein und versuchen das mal verständlich zu machen, damit ihr ganz genau wisst, wie das AIDA-Modell funktioniert und was es überhaupt ist. Das AIDA-Modell ist eigentlich das Prinzip für eine erfolgreiche Werbung, welches aus vier Teilschritten besteht, wo zum Beispiel dann ein Produkt oder auch eine Dienstleistung durchlaufen wird. Das heißt im ersten Schritt, dass der Kunde davon erfährt und im letzten Schritt, dass der Kunde dieses Produkt oder diese Dienstleistung auch kauft. Also schauen wir uns mal die erste an. Die erste ist Attention, Aufmerksamkeit. Hier sollen die Kunden auf das Produkt aufmerksam gemacht werden. Das ist zum Beispiel möglich über Anzeigen, Schaltungen, sei es in Printmedien, sei es im Fernsehen oder sei es sogar auf Social Media. Im zweiten Schritt wird das Interesse geweckt, das heißt der Kunde beschäftigt sich intensiver mit diesem Produkt und dann kommt es auch schon zur Stufe 3, Desire-Verlangen. Also das heißt das Verlangen und auch der Kaufwunsch nach diesem Produkt werden ausgelöst. Wichtig ist dann natürlich der letzte Schritt, das ist Action. Das ist dann diese Handlung, das heißt der Kunde kauft dann dieses Produkt. Da wir auch viele Schüler aus dem Gesundheitsbereich haben, hier mal ein Beispiel aus dem Gesundheitsbereich. Zum Beispiel ist es jetzt ein neues Produkt auf dem Markt. Es wird in Fachzeitschriften oder beziehungsweise auch auf Aushängen, zum Beispiel in Apotheken, ausgehängt. Es gibt jetzt ein Produkt, was zum Beispiel nach einer durchzechten Nacht, wenn ihr das nehmt, dass ihr am nächsten Tag total frisch aussieht. Also in dem ersten Moment Attention, Aufmerksamkeit, ihr seid alle frisch, frei und fröhlich. Im zweiten Schritt wird das Interesse geweckt. Das heißt, es wird auch gesagt, ey cool, das funktioniert sogar. Und das heißt, in dem Moment kommt dann der Kunde und sagt sich, oh, da gibt es ein neues Produkt, wo ich dann am nächsten Tag wieder frisch und frei aussehen kann. Im dritten Schritt wird natürlich dieser Wunsch geweckt, also Desire, dass auch ich dieses Produkt haben kann, auch wenn es zum Beispiel nicht gerade kostengünstig ist. Aber dieser Wunsch wird geweckt und dann im letzten Schritt wird gesagt, zum Beispiel Action, also die Handlung, kauf mich, kauf dieses Produkt. Und so habt ihr zum Beispiel jetzt ein Produkt, wo ihr sagen könnt, okay, hier ist dieses AIDA-Prinzip von Anfang, Beginn. Das heißt, es gibt dieses Produkt bis zum Schluss zur Action. Ja, hier dieses Produkt könnt ihr kaufen, ist dann das AIDA-Modell perfekt. Das war jetzt ein kleines Beispiel aus dem Gesundheitsbereich. Ganz gut macht AIDA auch immer wieder Apple. Zum Beispiel, die hatten auf ihrer letzten WWDC zum Beispiel das neue MacBook Air vorgestellt. Da war natürlich dann die Aufmerksamkeit da, weil sie gesagt haben, okay, das hat den neuen Prozessor und das hat aber auch eine neue Farbe. Das heißt, das Interesse war daran schon sehr groß gewesen, an den technischen Features. Dann natürlich die Farbe, die Sire, also dieser Wunsch nach dieser neuen, edlen, glaube ich, dunklen Farbe ist das gewesen. Und es wurde dann auch Action, also Calling Action gemacht. Das heißt, es wurde gesagt, ihr könnt nicht sofort bestellen, sondern ihr könnt, glaube ich, erst in zwei Wochen bestellen um 14 Uhr. Und dann haben sich natürlich die Interessenten Zeit dafür genommen, haben sich da Termine gemacht, damit sie zu diesem Zeitpunkt das Produkt bestellen konnten. Und dann ist es innerhalb von einer Stunde zum Beispiel so gewesen, dass die Verkaufszahlen so in die Höhe geschossen sind, dass dann eine Lieferzeit aktuell, glaube ich, auf drei oder vier Monate erfolgt ist. Das heißt, dieses Call to Action und das komplette AIDA-Prinzip beherrscht zum Beispiel im wirtschaftlichen Bereich Apple hervorragend. Wir hoffen jetzt, ihr konntet das gut verstehen und habt dann natürlich auch einen guten Ansatzpunkt, wenn ihr zum Beispiel in der Prüfung danach gefragt werdet, weil dieses Prinzip begegnet euch überall und ist aber auch in der Regel sehr erfolgsversprechend. Also, wir wünschen euch alles Gute, viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal.